Musik Ja, vielen Dank, Uwe. Ja, und da hat er doch so recht, wenn er das anspricht, auch mit dem Thema der Gemeinschaft. Es ist ja so etwas Wesentliches und so etwas Wichtiges. Es ist nicht nur irgendwas Nebensächliches, wenn es um die Gemeinde geht, sondern es ist etwas ganz Zentrales. Ja, und auch von meiner Seite einen ganz wunderschönen guten Morgen. Und ich muss sagen, ich habe das schon so richtig genossen hier in dieser Atmosphäre, in der Gegenwart Gottes, im Lobpreis, bei all diesen Liedern der Proklamation, die wir so gesungen haben. Ich denke, das ist manchmal so, wie wenn, ja, also manchmal, wenn die Sonne rauskommt, jetzt wie in dieser Woche, so in ihrer ganzen Pracht und so, dann gedeihen die Pflanzen, dann sprießt und sprosst alles. Und so geht es uns in der Gegenwart Gottes. Das haben wir, die Nähe, die Wärme, das Licht, die einfach diese Präsenz Gottes. Und das ist etwas, das ich heute so mit uns teilen möchte. David, der hat das mit folgenden Worten ausgedrückt im Psalm 92. Ja, ganz vielen Dank. Da sagt er, der Gerechte, der wird grünen wie ein Palmbaum. Und er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Das waren die Verse 13 bis 15. Ein wunderbarer Psalm, aber dieser Auszug, ja, den möchte ich so mit uns ein bisschen betrachten. Und ich habe diese Predigt mit den Worten überschrieben, wie eine Palme gedeihen. Ja, ich weiß nicht, ob du sagen würdest, ja, ich will wie eine Palme gedeihen. Vielleicht wünschst du dir irgendwie das ein bisschen anders. Sagst du, eine Palme, die ist mir zu stachelig. Ich will viel lieber, ich will viel lieber eine Erdbeere sein. Oder vielleicht willst du viel lieber irgendetwas anderes sein. Ich weiß es nicht, ja. Aber dieses wunderschöne Bild, das wir hier sehen, finde ich schon beeindruckend. Denn so prächtig, wie eine Palme sich darstellen kann, dann, sie drückt das so richtig aus, dass sie trotz Hitze, trotz Sand, trotz wenig Wasser, trotz Wind, manchmal alleinstehend, dass sie da einfach wirklich so zu einer Pracht, zu einer Fülle kommt. Und das dürfen wir auch. Wir sollen in unserem Leben die Fülle erleben. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es in Fülle habt. Ich finde das fantastisch. Und das ist keine Frage, dass wir irgendwie einen besonderen Wohlstand haben müssten oder in irgendeiner Weise da sein würden, sondern nee, wir sind von Gott her gesegnet. Und es sind nicht die Umstände, die uns davon, die dazu dienen, dass es so ist, sondern ja, dass es wir wirklich gedeihen, das hat einen ganz besonderen Grund. Ihr kennt es wahrscheinlich auch, dass man zu Familientreffen zusammenkommt, oder? Ja, und wenn man so zusammenkommt, manche Leute sieht man eine Weile nicht oder länger nicht. Andere, die sieht man regelmäßiger. Aber ganz besonders bei denen, die man über eine längere Zeit nicht sieht, da kommt es schon vor, dass dann die Kinder, der Nachwuchs mit ankommt. Und dann sagt man, wow, bist du groß geworden, oder? Also es ändern sich eigentlich nur die Gesichter, aber die Sprüche, finde ich, bleiben gleich. Wenn es dann heißt, du bist ja schon so groß wie deine Mama. Ja, oh, jetzt bist du so groß wie dein Papa, oder so. Und dann, wenn die groß geworden sind, dann kommen andere. Und das ändert sich eigentlich nicht. Das ist fantastisch zu beobachten, wie eine Entwicklung stattfindet. Und ich habe das schon mitbekommen, wenn man Veganer begrüßt, dann sagt man eigentlich was ganz Besonderes. Sagt man, na, wie geht es deinem Sprössling? Habt ihr das auch schon mal gemerkt? Denn Veganer bekommen keine Kinder, die bekommen Sprösslinge. Ja, also das ist ja so eine Sache, aber ich glaube, das mit den Sprösslingen, das höre ich da wie dort, ja. Also das kann ich gar nicht an dem einzigen festmachen, aber ich fand das so interessant. Sprösslinge, das findet man in diesem Psalm an manchen Bibelübersetzungen. Wir werden sprossen, heißt es da. Aber wo sagt man denn das, ja? Ich dachte, wo sagt man das? Nun ja, an manchen Stellen sagt man das vielleicht. Aber eins ist ganz sicher, Gott will unser Gedeihen. Gott will unser Gedeihen und es ist absolut unabhängig, ob es eine Pandemie gibt, ob es einen Krieg gibt oder ob es sonst irgendwas gibt an Umständen. Und ich glaube, in unserem Leben kann es so manches geben. Wir sollen blühen, wir sollen gedeihen, wir sollen fruchtbar und frisch sein. Und was wir hier in diesem Text finden, ist nicht irgendwie ein Puderzuckerguss, wenn es ganz wunderbar geworden ist, wenn über den Kuchen, der schon besonders lecker ist, sondern nein, diese Dimension, die wir hier finden, also die finde ich ganz besonders umfassend, die wir hier sehen. Es geht wirklich ums Umfassen. Es geht auch nicht nur um Wachstum. Es geht nicht nur ums Sprossen. Es geht nicht nur um ein bisschen größer werden, äußerlich sichtbar, sondern es geht um eine gesamte Entfaltung. Bei einem Kommentar, da bin ich drüber gestolpert, da sagt jemand, also ich habe gar nicht viel Erfahrung mit Palmen und so weiter, aber mein ganzer Stolz ist, dass sie eine Blüte bekommen hat. Wenn die Palme blüht und so, das wirkt ganz toll. Manche sagen, es ist nicht so gut fürs Wachstum, macht die Blüte ab, dass mehr Kraft in das Wachstum geht. Also ich denke so, in diesem Psalm, da gibt es gar keine Verbindung zwischen der Palme und der Blüte. Wenn ihr das lest, dann ist es ganz interessant, dass das hier ganz ein anderer Zusammenhang ist, sondern wenn wir diesen Text lesen, dann heißt es, der Gerechte wird grün und wie ein Palmbaum. Also erst mal grün und Wachstum und dann später, dann lesen wir weiter, auch wenn sie alt werden, das sind die Menschen gemeint, nicht die Palmen, dann werden sie dennoch blühen. Und da ist eine Verbindung eigentlich zwischen dem Alter und dem Blühen und nicht der Pflant der Palme und dem Blühen. Und das finde ich ein ganz, ganz spannender Punkt. Wenn ich jetzt fragen würde, wer unter uns ist alt, dann lassen wir mal alle die Hände unten, weil keiner von uns will irgendwann irgendwo sich in diesem Gefühl befinden. Die Frage ist ja, was ist eigentlich das ultimative Alter? Ich werde das auch nie vergessen. Ich war 18 Jahre alt geworden und ein Freund wurde 21. War schon ein Wunder, dass er überhaupt ein Freund war, weil der war für mich so viel älter. Also ich war 18, das war das ultimative Alter. Ich konnte jetzt Auto fahren und was soll es im Leben noch Größeres geben, dachte ich, ja. Also mit 18, das war die Freiheit, das war alles. Aber danach ging es ja nur noch bergab. Nach 18 war klar, da kann es nur noch bergab gehen. Und als er 21 wurde, wir hatten uns einen Spaß gemacht, was der doch steinalt ist mit 21. Ja, und da kann es dann auch lustig sein, wenn eine 90-Jährige zu hören kriegt, ja, du bist noch ein junger Spund von einem 98-Jährigen oder so. Ja, weil sich das Alter einfach nicht verschoben hat. Während der eine vielleicht 18 war, war der andere 10. Man wird gemeinsam älter und so bleibt dieses Bewusstsein einfach vorhanden. Es ist manchmal schon lustig. Also auch, wenn man so über 50 ist, du bist ja noch ein junger Spund, sagt man zu mir des Öfteren. Ja, junger Spund. Freut mich und nehme ich einfach gern so mit. Aber das ändert noch nichts an unserer Frage, wann ist man wohl alt? Also das Interessante ist schon, dass es in unserer Zeit Menschen gibt, die mit 16 Jahren, mit 18 Jahren oder auch mit 30 Jahren oder irgendwo anfangen, ihre Memoiren zu schreiben. Also ein 18-Jähriger hat es sogar schon zweimal geschrieben, wenn man da mal an den Justin Bieber denkt. Aber auch, wen habe ich hier noch notiert? Ich glaube, eine Helene Fischer hat das auch schon geschrieben. Andere Teenie-Stars mit 16. Also das ist eine Sache, man muss bloß nicht fragen, denken die schon, es kommt nichts mehr im Leben? Oder müssen sie uns jetzt mit ihren Weisheiten schon beglücken? Vielleicht ist es ein Trend, dass man sich gerne mitteilt in unserer Zeit. Vielleicht ist es aber auch nur ein Geschäftsmodell von den besonders Prominenten. Aber ich glaube, dass es zwischen jung und alt eigentlich wirklich die Frage ist, wann ist die Blüte meines Lebens? Also das ist wirklich eine spannende Frage. Wann ist die Blüte meines Lebens? Oh, in der Blüte seines Lebens, da hat er dies getan, hat er jenes getan. Also spannend ist, dass es hier zu finden ist, selbst wenn sie alt werden, sollen sie blühen. Und das, finde ich, müssen wir wirklich festhalten. Und da wird eines ganz deutlich. Also in dieser Formulierung heißt es, wenn sie alt werden, da ist ein Dennoch drin in diesem Satz. Und wenn sie auch alt werden, manche Übersetzungen sagen, und dennoch, wenn sie alt werden, dann werden sie blühen. Es geht also gar nicht darum, welches Alter genau ist da gemeint, sondern ich glaube, es ist eher dieses Momentum gedacht, wenn du merkst, Mensch, jetzt habe ich wieder was vergessen. Ich werde wohl alt oder ich kann nicht mehr, wie ich schon mal konnte. Oder wenn ich merke, ich komme an Grenzen, dann heißt es, und dennoch werden sie blühen. Es ist nicht die Jahreszahl wichtig. Es ist nicht wichtig, welches Geburtsdatum du wirklich hast. Und wenn sie sich meinetwegen auch alt fühlen, das ist jetzt egal. Aber ich sehe hier Folgendes. Das, was Gott will, ist, dass jung wie alt, und zwar egal wie alt, wirklich blühen. Und dann heißt es, fruchtbar und frisch sein soll. Und das finde ich einfach eine Perspektive. Da muss ich sagen, da bin ich begeistert über meinen Gott. Da bin ich begeistert, dass Gott so eine Perspektive für unser Menschsein hat, dass er sagt, von jung bis alt sollen sie blühen, sollen sie fruchtbar sein und frisch sein. Und das ist etwas, da sage ich Amen dazu, oder? Ist da jemand, der das auch möchte? Amen? Ah, dann gibt doch mal Gott die Ehre. Weil es ist so, wenn wir das für uns bejahen können, dann können wir es auch annehmen. Und etwas, das ich hier in dieser Folie auch mitgebracht habe, da heißt es, dennoch sollst du blühen und fruchtbar sein. Und was ich am Frühling unglaublich schätze, das sind tatsächlich diese Blüten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mal an der Kirschblütenstraße, nachher der Kirschblütenstraße gewohnt. Und da war eine große Allee mit Kirschbäumen, die dann im Frühling so unglaublich schön ihre Blüten entfaltet haben. Und es war dann irgendwann klar, es wird nicht dauerhaft die Sonne scheinen, irgendwann wird es regnen. Und die ganze Blütenpracht, Batsch, liegt auf der Straße. Ja, und dann darf man es noch wegfegen. Aber ist das dann vorbei mit der Blüte? Ist es mit unserem Leben manchmal auch so, dass da eine Blüte ist und dann, Patsch, ist es weg? Nun, es ist tatsächlich ein ganz spannender Gedanke. Es muss, es muss im Frühling nach der Blüte auch irgendwie weitergehen. Ich habe uns hier zwei Blumen mitgebracht. Also, das sind zwei, ja, sie könnten größer sein, aber sie sind trotzdem sehr schön, zwei schöne Blumen. Und wenn man sich das so anschaut, dann kann man ja sagen, da gibt es einen Unterschied zwischen diesen zwei Blumen, nicht nur in ihrer Art. Das eine ist ein Blumenstrauß und das andere, man könnte sagen Blumenstock, oder? Ja, richtig so, ne? Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, wer würde lieber, wenn er einen geschenkt bekommt, einen Blumenstrauß geschenkt bekommen und wer lieber einen Blumenstock? Das könnte man eigentlich mal tatsächlich erheben. Wer freut sich mehr über einen Blumenstrauß? Gibt es da welche, die sagen Blumenstrauß ist gut? Und wer sagt, ich finde lieber Blumenstock toll? Euch wird fast sagen, da haben sich mehr gemeldet. Aber wisst ihr, das gibt da die Philosophie, manche sagen, gib mir einen Blumenstock, da habe ich länger was davon. Da kann ich einfach nachgießen, da habe ich mehr davon. Ein Blumenstrauß, das ist manchmal einfach farbenfroher. Da ist eine Vielfalt drin. Das ist nicht eine Sorte, das ist richtig vollgepackt. Manchmal auch so richtig viel Zeug drin. Also das ist eine Kunst, diese Floristik. Wenn dann da also, das sind nicht nur eine Blüte, das ist eine Blüte, da sind mehrere Blüten drin. Und das ist manchmal so, in unserem Leben wollen wir vielleicht auch glänzen, vielleicht mit vielfältigen Begabungen glänzen. Aber Tatsache ist eines, es gibt auch diesen Brauch, dass man Zweige zum Beispiel von Kirschbäumen abschneidet im Dezember. Und die macht man dann meinetwegen am 4. Dezember, wenn ich das recht weiß, tut man die vorbereiten, damit sie an Weihnachten blühen. Macht das irgendjemand unter uns? Niemand? Ja. Legst du sie auch in den Kühlschrank vorher? Also ich habe das gelesen, es ist eine besondere Möglichkeit, weil diese Blüte, die geht erst auf, wenn es mal kalt war. Da ist ein Stoff drin, das hat sich Gott wunderbar ausgedacht, dass er sagt, also erst, wenn es eine Differenz zwischen kalt und warm gibt, also dass man den Pflanzen vorgaukelt, wenn der Dezember noch warm war, dann legt man die ein paar Minuten ins Gefrierfach. Ich muss das mal ausprobieren. Aber eins ist für mich klar, ich mag das auch, wenn ich diese Blüten sehe, aber ich habe noch nie an diesen Ästen, die so wunderschön dann die Blüte entfaltet haben, ich habe da noch nie Kirschen dran hängen sehen. Also die Blüte sieht schön aus, aber ich habe noch keinen Strauß gesehen mit Früchten. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen Blumenstrauß und Blumenstock oder wenn man das überhaupt überträgt, zwischen dem, was abgeschnitten wurde und zwischen dem, was Wurzeln hat. Also wenn du Früchte bekommen willst, dann brauchst du Wurzeln. Und dann wird es eine Phase geben mit dem Blick auf das Entwickeln der Früchte, dass es ganz wunderbar ist, dass diese Blüte sich verwandelt und transformiert. Und aus der Blüte eine Knospe, eine Frucht hervorkommt, die das Ganze hervorbringt, was dann am Ende wichtig ist. Und ich möchte uns an diesem Morgen so ein bisschen da hineinnehmen und sagen, wenn du gedeihen möchtest, dann ist es wichtig, diese Prozesse zu bedenken. Aber dann ist es wichtig, nicht nur zu blühen und nicht nur einen Schein zu haben, sondern ganz wesentlich ist es dann, dass wir auch selbst Wurzeln entwickeln. Ich könnte diese Frage weiter übertragen und sagen, wer wäre lieber ein Blumenstrauß und lieber ein Blumenstock, anstatt wer es nur bekommen möchte. Und ich habe die Antwort ja schon eigentlich angedeutet. Zumindest, wenn es um geistliche Frucht geht, dann ist es ganz arg wichtig, dass wir sagen, wir haben Wurzeln. Das ist, was der David hier schreibt. Er sagt, die gepflanzt sind im Hause Gottes. Die werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Er sagt nicht nur, die sind im Haus Gottes, die einfach mal reingehen, rausgehen, sondern die sich dort verortet haben. Und da kann man natürlich sagen, was ist da eigentlich mit dran zu denken? Und ich weiß nicht, wer gerne ein Gärtner ist, also gerne Hobbygärtner vielleicht auch ist, einen Garten bestellt oder ob es den Vorgarten ist, den Nutzgarten ist oder ich weiß nicht was alles. Aber eins ist ja klar, wenn jemand da etwas im Sinn hat, dann pflanzt er das auf eine Weise, dass er sich überdenkt, wo mache ich das eigentlich hin? Wie mache ich das eigentlich? Und so weiter. Aber die allererste Frage, finde ich, ist ja wirklich die Frage überhaupt, bin ich gepflanzt? Und da habe ich so ein kleines Bild gefunden, einer, ich glaube, das ist ein Mango-Kern, der Wurzeln entwickelt hat und der sich dann da herauswächst. Und es ist manchmal so, dass man ja damit überhaupt eine Wurzel entsteht, ein Keimling entsteht, dass man das irgendwie außerhalb der Erde noch irgendwie besonders bewässert und am Licht und irgendwie vorbereitet, bevor es dann richtig gepflanzt wird. Also eine Zeit lang habe ich als Kind mal gerne so Blumen für mich da so gezüchtet, die fand ich toll und dann am Ende hatten wir viel zu viel davon. Aber das ist ja so eine Sache, wenn man sich überlegt, wie geht dieser Samen jetzt wirklich auf? Das ist eine Frage. Aber die nächste Frage ist, wie wird das zu einer prächtigen Pflanze? Und da stellt sich die Frage auch für uns, sind wir wirklich gepflanzt oder wie verhalten wir uns? Und an dieser Stelle ist es spannend, dass Paulus einmal sagt, ich habe gepflanzt. Und Apollos hat begossen und Gott, er hat das Gedeihen gegeben. Gott will, dass wir gedeihen. Und natürlich können wir uns auch fragen, na ja, bin ich gepflanzt? Was ist denn das eigentlich für mich? Wenn der Paulus sagt, ich habe gepflanzt, dann gibt uns das auch so einen Gedanken, dass wir sagen, ja, es gibt natürlich eine Situation, dass wir beeinflusst werden, dass wir uns vielleicht auch ganz bewusst einer Prägung öffnen. Der Paulus, der hat sich ja Menschen zugewandt, die gesagt haben, ich möchte mehr davon erfahren, ich möchte mehr vom Evangelium erfahren. Und dann hat er dieses Vorrecht gehabt, diese Menschen zu prägen, anzuleiten, weiterzugeben. Und die Frage ist ja auch, was hat mich geprägt? Was hat mich beeinflusst? Vielleicht sagst du dir, ich weiß gar nicht, wer hat mich gepflanzt? Habe ich mich gepflanzt? Bin ich gepflanzt? Frag dich doch, wer hat mich geprägt? Wer hat Einfluss in meinem Leben erhalten? Und manchmal ist das unglaublich wichtig, darüber nachzudenken, was hat mich eigentlich geprägt? Was hat mein Leben beeinflusst? Wo bin ich überhaupt gepflanzt? Bin ich überhaupt wirklich dort gepflanzt, wo ich gedeihen kann? Oder haben sich in meinem Gedanken, Gebäude in meinem Leben, Gewohnheiten entwickelt oder Überzeugungen herauskristallisiert, wo ich sagen muss, also, das ist eigentlich gar nicht gut. Manchmal macht man das ja, dass man sich darüber Gedanken macht, dann macht man sich so Überlegungen, was ist denn so ein typischer Satz in unserer Familie? Zum Beispiel, man macht das recht oder gar nicht. Kann man sagen. Oder bei uns wird nicht gekleckert, da wird geklotzt. Oder man hat andere Sprüche, da könnten wir jetzt wirklich einander zuwenden und überdenken, was für Kernsätze habe ich denn vielleicht so in der Kindheit, in der Jugend, oder auch am Arbeitsplatz oder so. Oh, musst du nicht ertrunken? Das interessiert keinen Mensch und so. Und dann in der Zeit, sagst du dir, das interessiert ja keinen. Und das prägt dein Verhalten. Versteht ihr, von was ich rede? Und dann fragst du dich, wer bin ich denn? Wo bin ich eigentlich gepflanzt? Und ich möchte uns sagen, wertvoll ist es, wenn wir uns selbst reflektieren. Wenn wir uns das bewusst machen, wo wurde ich denn, was hat mich wie beeinflusst? Haben die Medien mich beeinflusst? Hat mich die Politik beeinflusst? In welchem Land bin ich groß geworden? Welche Kultur war denn dort gängig? Und das ist nicht so, dass das spurlos an uns Menschen vorüber geht. Sondern wir sollten uns ernsthaft immer wieder die Frage stellen, bin ich da richtig gepflanzt? Wisst ihr was? Wenn ich vorhabe, was Besonderes zu pflanzen, eine Palme, weil ich finde die auch schön, dann tue ich das nicht auf der Zugspitze. Warum nicht? Naja, weil bei 3000 Metern Höhe Palmen nicht so gut gedeihen. Und ich gehe auch nicht auf den Marktplatz, sage mir, so jetzt mal ein Kopfstein, Pflasterstein raus, Palmenkern rein und das wird schon. Nee, dann muss ich das ernsthaft überdenken, wo will ich gepflanzt werden? Und die Frage ist, wo willst du deine Wurzeln hineingraben? Wo bist du verwurzelt? Wie bist du verwurzelt? Diese Frage, die dürfen wir uns tatsächlich selbst stellen, weil das ist etwas, wo wir unser Leben ausrichten können. Wir haben gerade vorhin schon in der Apostelgeschichte gelesen, Apostelgeschichte 2, da heißt es eben von der Gemeinschaft und wenige Verse davor, Vers 41 im gleichen Kapitel, da hat Petrus zu den Menschen gesprochen und da lesen wir Folgendes, die nun sein Wort annahmen, die ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt 3.000 Menschen. Ja, das war ja das Pfingstereignis. Und Pfingsten, das steht uns jetzt bevor, manche freuen sich schon auf einen freien Tag, aber Pfingsten, das ist ja auch die Geburtsstunde der Gemeinde. Hier wurden Menschen, die sich geöffnet haben, die gefragt haben, was sollen wir tun, lieber Petrus, was sollen wir tun? Sagt er, tut Buße. Nehmt das Evangelium an und dann haben sie es angenommen, sie ließen sich taufen und wurden an diesem Tag einer Gemeinschaft hinzugefügt. Und wenn wir das lesen, die im Hause des Herrn gepflanzt sind, dann ist das nichts anderes, als dass wir in der Gemeinschaft der Menschen uns verorten, die einfach Gott lieben, die Gott an die höchste Stelle, Priorität ihres Lebens setzen. Das ist eigentlich der Tempel des Neuen Testaments. Das sagt nämlich Paulus auch, ihr seid, wisst ihr das nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Das heißt, du und du und wir alle und ich, wir sind ein Tempel Gottes. Du bist ein Tempel Gottes, heutzutage, weil er sich in dir lagert und das ist etwas Wunderbares. Und dort, wo wir uns aufmachen, diese Gemeinschaft zu suchen, da sind wir an einem guten Ort. Das ist ein Ort, den Gott gebrauchen will und das lesen wir da weiter. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Also das ist ein spannender Gedanke, oder? Wenn du sagst, ich soll in meinem Leben zur Entfaltung kommen, dann ist es tatsächlich so, dass Gott selbst das Gedeihen schenkt und er tut es im Kontext anderer wunderbarer Menschen, die manchmal ganz eigenartig sein können. Ja, die manchmal wirklich interessante Facetten aus ihrem Leben hervorbringen und es sind dann die wunderbaren Persönlichkeiten, von denen uns Uwe aus dem Psalm 139 gesprochen hat. Also das ist etwas, das wir wirklich, was Gott wunderbar gemacht hat, aber es ist so. Wenn wir gedeihen wollen, dann ist es gut, in der Gemeinschaft der Menschen zu sein, die Gott an die erste Stelle ihres Lebens gesetzt haben. Und wisst ihr, an diesen vier Punkten, da könnte man so vieles zu sagen, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, auch in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Ich möchte uns heute auf einen Aspekt da herausgreifen und es gibt noch andere, die sind auch unglaublich wichtig, aber ich möchte diesen letzten Aspekt, diesen Aspekt des Gebets kurz aufgreifen und an dieser Stelle hervorheben. Es ist eine Form der Gemeinschaft, die wir erleben können, wenn wir uns dahin ausrichten, in die Gemeinschaft der Heiligen, dass wir in einer Gemeinschaft sind, wo wir im Gebet eine ganz besondere Zuwendung erleben. Es ist, da öffnet sich der Himmel, da kommt Gottes Wirkungskraft hinein und es ist tatsächlich so, Jesus selbst, er ging in den Tempel in Matthäus 21, Vers 12, da ging er mal hinein und Jesus ging in den Tempel, trieb hinaus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und er stieß die Tische der Geldwechsler um, die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Das ist also ein Tempel, der wurde dafür gedacht, dass eine Verbindung zwischen Gott und den Menschen wirklich hergestellt wird und dass das gefördert wird und es gibt ein ganz wunderbares Buch, das heißt Die oberste Priorität des Gebets. Die oberste Priorität des Gebets hat Fred Lambert geschrieben und das ganz Spannende ist, was ist denn die oberste Priorität des Gebets? Wenn ich das so sehe, dann könnte man denken, naja, das Gebet ist die oberste Priorität des Christenlebens, aber hier schreibt er über etwas und ich kann dieses Buch ganz herzlichst empfehlen und es ist überhaupt, wenn man das mal aufschlägt, ich muss mal gucken, dass ich euch was, ach, es ist überhaupt sehr luftig geschrieben, ja, also immer sehr ein bisschen poetisch, mal so ein kleines Gedankenfeld, viel weiß, manche Leute lieben das Weiße in den Büchern, ja, also ich habe da Kinder, die freuen sich, wenn Bilder oder Weißes zu finden ist und wenig schwarze Druckerschwärze, ja, also wenig Text, aber es ist ein guter, guter Punkt. Nun, ich möchte euch da nicht so ganz auf die Folter spannen, er sagt, die oberste Priorität des Gebets, das ist das Gebet für die Heiligen, das ist das Gebet für die Heiligen und das lesen wir tatsächlich in Epheser 6, Vers 18 und da heißt es, mit allem Gebet und Pflehen betet zu jeder Zeit im Geist, wacht hierzu, zu allem Anhalten und Gebet für alle Heiligen und das ist ganz ein spannender Punkt, das ist gleich hier ganz vorne, wo das Buch beginnt, sieht man das und da sagt er, zuallererst wird es an dieser Stelle betont, zuallererst betet für die Heiligen und ich finde, das ist ganz ein spannender Gedanke, wenn du dir darüber Gedanken machst und darüber nachdenkst, wofür bete ich denn, wofür soll ich beten und wir lesen es an vielen Stellen, wo Jesus sagt, betet füreinander, betet für die Heiligen und das ist ein wunderbarer Punkt, wenn wir das in Epheser 6, Vers 18 lesen und Paulus, er geht weiter und er sagt in 1. Korinther 12, Vers 26, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit, oder in Johannes 17, Vers 20, da betet Jesus selbst und er betet im hohen priesterlichen Gebet und er betet, Vater, ich bete für Sie und er meint damit seine Jünger und für alle, die durch Sie zum Glauben kommen und er betet für die, ja er betet für uns, die wir durch die Arbeit der ganzen Evangelisten auch zum Glauben gekommen sind und du liest dieses Gebet und er betet nicht für die Welt, er betet zuerst für die, die sich ihm zugewandt haben und ich fand das so einen wertvollen Aspekt an dieser Stelle, Fred Lambert, er sagt an dieser Stelle, ich lese mal ein Zitat vor, da sagt er, wenn Sie Gebet brauchen, dann beten Sie für jemand anderen, beten Sie für die Nöte anderer, Gott wird Menschen dazu bringen, für sie zu beten. Die Saat des Gebets ist eine Möglichkeit, im Geistlichen etwas zu säen. Wenn wir das tun, werden wir das Leben ernten. Das Prinzip von Saat und Ernte. Wenn du möchtest, dass für dich gebetet wird, dann sähe eine Saat des Gebets. Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke der geistlichen Gemeinschaft? Ist es nicht etwas ganz Wunderbares, wo wir plötzlich spüren, dass tatsächlich in unserem Leben etwas freigesetzt wird? Und es ist tatsächlich so. Wir haben ja dieses Angebot der Online-Kleingruppe und wir kommen zusammen und es ist schön, einander zu kennen und es ist auch gut, sich auszutauschen. Aber ein wesentlicher Punkt ist es, dass wir für die einzelnen Anliegen miteinander beten. Und da sind wir manchmal verbunden über die WhatsApp-Möglichkeit und so weiter. Aber es ist schön, wenn wir wissen, der andere hat eine ähnliche Haltung, er liebt Gott auch. Aber das Oberste der geistlichen Gemeinschaft ist, wenn wir einander segnen können. Wenn wir einander segnen können. Wenn ich Segen empfange und wenn ich Segen freisetzen darf. und das ist wirklich etwas, das wir unbedingt, unbedingt suchen und brauchen. Wer gepflanzt ist im Hause des Herrn, der wird gedeihen, der wird grünen wie eine Palme und er wird wachsen wie eine Zeder im Libanon. Und ich kann euch sagen, wer mit diesem Bewusstsein im Leben unterwegs ist, dass Menschen hinter ihm stehen, die für ihn beten, dessen Rücken ist echt gestärkt. Dessen Rücken ist echt gestärkt. Der erlebt eine Gunst in seinem Leben. Das ist nicht abhängig von Umständen. Der merkt, wie Türen sich öffnen, wo Dinge unmöglich erscheinen. Der erlebt, wie Dinge Realität werden, die kaum gedacht werden konnten. Das ist die Qualität dessen, was sich in unserem Leben freisetzen soll, dass wir eine Art der Gemeinschaft erleben, die tatsächlich ein Gedeihen freisetzt, unabhängig von Umständen. Und ich möchte dir sagen, ja, du kannst teilnehmen an der Online-Kleingruppe. Wir werden uns ab morgen, also dem 16. Mai, um 20 Uhr treffen. Aber diese Form der geistlichen Gemeinschaft können wir an vielen Stellen suchen. Da gibt es Menschen, die sich an der Arbeit sagen, wir treffen uns mal eine Viertelstunde. Das ist auch eine Möglichkeit, zu sagen, das kann ich doch auch zu Hause. Natürlich mit einem Ehepartner, mit deinen Kindern. Das muss nichts Langes sein, das muss nichts Umfangreiches sein, das muss nicht in eine Starrheit verfallen und in einen Krampf hinein gelangen. Aber zu sagen, hör mal, wollen wir nicht auch einander segnen? Hättest du, da wollen wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Man kann auch eine Kultur entwickeln. Ich möchte sagen, lass dir von Gott einfach die Augen öffnen. Wo kannst du diese geistliche Gemeinschaft leben? Wo findest du Menschen, die genau wie du Gott an die erste Stelle gesetzt haben? Wir müssen nicht alle dogmatischen Überzeugungen überprüfen, sondern wir können sagen, ich möchte gepflanzt sein im Haus des Herrn und ich möchte diese geistliche Gemeinschaft leben. Ich möchte gepflanzt sein. Ich möchte nicht nur da sein. Ich möchte nicht nur bestäubt werden, sondern ich möchte Wurzeln haben und ich möchte fruchtbar und frisch bleiben, sodass Frucht in meinem Leben hervorkommt. Und wer immer Frucht hervorbringen will, der steht in dem Prozess, dass etwas vor ihm steht. Wo er sagt, oh, jetzt muss dieses entstehen, jetzt muss jenes entstehen. Wir haben Widerständen zu widerstehen und das ist etwas, wo wir Gottes Gunst einfach ersuchen dürfen. Und dazu möchte ich uns einfach Mut machen und einladen und ich lade dich ein, an diesem Morgen einfach dir selbst diese Frage zu stellen. Wo bin ich eigentlich gepflanzt? Wo bin ich gepflanzt? An welchem Ort will ich meine Wurzeln wirklich hineingraben? Ist das, hole ich mir das von da oder wo kommt der Input her? Ich sage dir, nimm die Gemeinschaft von Menschen, die Gott an die erste Stelle gesetzt haben. Öffne dich dort auf eine Weise, wo du sagst, ich will nicht nur da ein bisschen blühen, ich möchte Wurzeln hineingraben. Ich möchte auch investieren in diese Gemeinschaft. Ich möchte dort auch wirklich eine Zeit investieren und das ist etwas, was ich tun will und ich will Segen empfangen und ich will ein Segen sein. Ich will tatsächlich auch dieses im Gebet freisetzen. Ich möchte einer sein, der in den Genuss kommt, dieser Gemeinschaft, aber ich will auch einer sein, der diesen Genuss, der dazu beiträgt. Habt ihr dazu einen Amen? Untertitelung des ZDF, 2020